Escucha Donnerstag ist auch gut. Geht 15 Uhr? Kein Problem. Dann bis Donnerstag. Bis dann. Auf Wiederhören. Praxis Dr. Eggert Guten Tag. Anita Bauer Ich möchte einen Termin für nächste Woche machen. Wann passt es Ihnen? Mittwoch wäre gut. Mittwoch ist leider kein Termin mehr frei. Wie wäre es mit Donnerstag? Donnerstag ist auch gut. Geht 15 Uhr? Kein Problem. Dann bis Donnerstag. Bis dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.